Yo C.R.S. Ich war bei Yo nicht dabei. Ich war bei C.R.S. nicht dabei. Du warst bei C.R.S. nicht dabei. Du warst gar nicht da? Wenn ich mit dem C wackele, dann legen wir los, okay? Ich seh nicht von ihm mit dem C. Okay, warte, warte. Ich hab noch das CD, den ich nicht seh. Yo C.R.S. Neues Video von uns. Ich hab gar nicht mit dem C gewackelt. Ich hab nicht gedacht. Yo C.R.S. Das neue Video von uns. Heute nennen wir das Ganze einmal. Zwei schlechte Folgen ergeben eine gute Folge, weil wir nämlich zwei Videoideen hatten, wo wir beide hinterher gesagt haben, also das ergibt wirklich keinen Sinn. Das können wir nicht hochladen, euch nicht zumuten. Und deswegen präsentieren wir euch heute die schlechten Videos, gegen die wir uns entschieden haben, hochzuladen. Die haben wir heute jetzt quasi doch hochgeladen und die könnt ihr euch jetzt anschauen. Und zwar ist es hier verlinkt, aber ihr müsst noch nicht gleich draufklicken, klicken wir sagen noch was dazu. Erstens könnt ihr entscheiden, welches von den beiden Videos schlechter ist. Damit machen wir sofort die Interactivity mit euch. Und ja, damit macht es die ganze Sache gut. Also wir wollen eine genaue Review in Schrift- oder Videoform, wie ihr das Video fandet und warum es nicht so gut war. Und außerdem, warum wir das Video euch noch zeigen müssen, weil das Video, was nächste Woche rauskommt, das hängt nämlich von der Handlung her zusammen. Dann checkt ihr es erst. Weil es geht nämlich in beiden Videos darum, wie wir mehr Zeit für YouTube bekommen. Und am Schluss ist da quasi bei der einen Folge hier ein Cliffhanger. Nein, 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 nein. Das war, oh, 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 oh. Das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Also du schreibst, du kapierst nicht, das schreibt vom... Wir machen keine schlechten YouTuber nach, ja? Entschuldigung, bitte, erstens, ich hab das gescriptet für WhiteHitD damals, okay? Also darf ich das auch sagen. Es war nämlich ursprünglich... Nee, du bist nur auf der Tastatur eingeschlafen. So, weil... So, das ist drüge Woche gerade schlecht. Wo geht der hell? Ohne Scheiß, ich finde sie ja wirklich nicht schlecht. Nee, nee. Ach ja, oh, ich finde der Simon. Oh, 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 das ist der Arsch von WhiteHitD und das ist der Simon. Oh, 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 oh. Die fühlen gar nicht so schlecht. Die fühlen gar nicht so schlecht, die sind ganz gut. Oh, ich bin hier drin. Oh, 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 oh. Es taugt ohne Scheiß. Es taugt mehr. Nein, halt die Fresse. Ah nein, das ist wirklich nicht so schlecht, okay? Es...